Es ist einem nicht anders übrig geblieben, als wirklich zuzuschauen. Und ja, man hat nichts gemacht. Tag, Tag, Tag und ein Gebäude und das andere hat vier gefangen. Und es hat Lichterloh gebrannt. Ich bin 15 Jahre der Spuren-Sicherung und das war schon eine der größeren Brücken, die ich bis jetzt erlebt habe. Wir sind am gleichen Abend, als wir nach Hause sind, telefonisch kontaktiert worden von der Mobiliar. Sie wären gerne hinten gekommen, aber weil die Strasse gesperrt war, war das nicht gut möglich. Und ich muss sagen, das hat sehr viel Zöversicht gegeben. Sie haben uns sofort gesagt, wir helfen dich, wir sind da, wir unterstützen dich. Wir haben nachher dann am nächsten Tag einen Termin gehabt, sind zusammen geschaut und haben uns gezeigt, wie es weitergeht und wie wir das Ganze abpacken. Es geht uns darum, dass Hergers sofort den Betrieb wieder aufnehmen können. Wir suchen mit ihnen zusammen provisorische Reimlichkeiten, die sie sofort wieder produzieren können. Das ist für sie wichtig, damit wir die Kundschaft bei denen im Rahmen der bestehenden Projekte haben. Und es ist natürlich auf der anderen Seite auch für uns wichtig, dass wir auch die notwendigen Massnahmen zur Schadenminderung treffen können. Im Moment geht einem natürlich schon alle leider den Kopf. Es ist eine Generationenweise aufgebaut worden. Es ist viel drinnen gesteckt worden. Vor allem ist mein Vater, der vor allem sehr stark darunter leidet, der muss halt den Alltag ablögen. Wir haben sechs Gebäude, die auf dem Platz waren, die betroffen sind. Es ist Fahrhabe, wo Maschinen drinnen betroffen sind, also Bearbeitungsmaschinen. Und es sind sechs oder sieben Fahrzeuge, das heisse ich noch nicht einmal genau, wie viele Fahrzeuge das ist. Und diese werden von einem Autoexperten abgeschätzt und ausgezahlt. Ich habe es gestern Abend kurz zusammengerechnet. Ich bin auf 4,5 bis 4,7 Millionen gekommen. Mit dem Gesamtschaden, etwa in diesem Bereich muss man rechnen. Ich habe nicht eine Sekunde daran gedacht, dass es ein Tier wird. Mein Gedanke war einfach, dass es eine riesige Katastrophe für einen Unternehmer ist. Bis zum Glück steht noch eine Versicherung im Hintergrund.